Willkommen zurück zu einer neuen Runde Fortnite. Es tut mir leid, ich brauch erstmal einen Kaffee. Ich muss mich bequem hinsetzen, weil mir das Zocken auch mehr Spaß macht. Und ja, ich werd immer besser und besser und besser und das gefällt mir. So muss es sein. Ja, und jetzt warten wir einfach mal, bis der Aik den epischen hat. Der Season Pass geht ja noch ein paar 50 Tage oder so, keine Ahnung. Wir werden uns den epischen noch gönnen. Entweder, wenn ich mal nicht aufnehme, oder wenn ich aufnehme. So, wir Flatter-Ridatschen da, 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 da. Aber keine Ahnung wohin. Jo, wir waren der Erste, der sich bedankt hat. Und tschüss. Wo fliegen wir denn jetzt hin? Das ist echt eine gute Frage. Zur Farm will ich nicht schon wieder. Pleasant Park möchte ich auch nicht wirklich. Craigie Cliffs wäre noch eine Option. Ja, da flattern wir auch hin. So, da bin ich mal gespannt, wie die Runde verläuft. Oh ja, oben ist gleich eine Dings drinne. So, der Erste wäre da unten. Oh. So, die nächsten gehen auch gleich Shops hier. Äh, ne, das brauche ich nicht. Brauche schon ein richtiges Medikit, wenn schon. Oh. Oh. Oh, wir sind sogar in der Zone. Oh. Wir sind ja dann die Runde. Letz Gemüter. Oh. 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 Machen wir das halt so. Hier liegen ganz schön viele Angeln rum. Warum auch immer. So, wir lassen uns Zeit mit Looten. Versteht sich. Aber ich brauche um... Ach, komm schon, du fetter Knallkopf. Ich brauche unbedingt was zum Heilen. Oh, Stufenaufstieg. So, das für die Granaten. So, äh, hier. Ja, drei Kills. Ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Aber ich hab null Schild. Und da hat grad irgendeiner geschossen. Okay, hier war schon jemand. Das war eine kurze Runde, würde ich sagen. Wir starten gleich die nächste, ist mir Latte. Das ist mir sowas von Latte. Wir starten direkt die nächste. Ich hab ja fertig Sinn. Und dann geht's nochmal los. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass ich eine Facecam mit anmache oder ohne Facecam. Denn bei meinem sexy Gesicht, äh, kriegen die meisten einen Schreck. So, direkt rein ins nächste hier. Ähm, als nächstes gibt's das Teil. Oh, sehr schön. Sieht nice aus. Hup, hup. So, nebenbei kurz aufs Handy lunzen. Ach, wenn man Kinder hat, ist man, ja, man hat keine Ruhe. Okay. Weiter geht's. Okay. Weiter geht's. Du, 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 du. Ach, kommt schon, ihr dreckigen. So, und wieder erster beim Bedanken. Hehehe, obwohl das eigentlich sinnlos ist. Wo fliegen wir hin? Wo fliegen wir hin? Wo fliegen wir hin? Wo fliegen wir hin? Slurpy Swamp wäre eine Option. Holy Head gibt es auch. Salty Springs ist ein kleines Cuff mittlerweile nur noch. Da runter. Scheiß drauf. Entweder wir sterben oder wir sterben. Auf jeden Fall einer geht hier runter. Da runter. Scheiße. Meine Fresse. Was ist denn heute los? Vor allem mit einer Grauen. Leck mich doch. Wisst ihr was? Wir starten gleich noch eine Runde. Ist egal. Oh man, man, man. Was ist denn los mit mir? Warum bin ich jetzt auf immer so... Ja, bestimmt am Wetter. Direkt rein ins nächste hier. So, wo ist das neue Bild? Da unten. Ja, so schnell kann es gehen. Der eine lässt sich abknallen, der andere knallt mich ab. War zwar scheiße, aber ich kann es nicht ändern. Ich hoffe, die Runde jetzt wird besser. Ansonsten war es die letzte Aufnahme für heute. Oh god. So, wo Flatterradatschen wir hinne? Wo fliegen wir hin? Ich weiß es nicht. Oh doch, ich weiß es. Wir fliegen dort dahin. Leute, ich schaff das sogar. Das hätte ich jetzt natürlich nicht gedacht. Scheiße! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh! Oh! Irgendwo hier oben war doch wieder was. Egal. Äh, raus damit. Alles absetzen. Brauchen wir nicht. So, und wir sind mal wieder an der Zone. Ich packe das, passt das hier irgendwie mal richtig gut ab. Ja. Ernsthaft jetzt? Was war das denn gerade? Ich habe doch gerade einer geschossen. Oh! Oh! Das ist ein Lama. Ja! Ja! Eik! Das machst du richtig! Ja! Ja! So! Hey! He! He! so wir laden mal ganz kurz unser Schild auf gibt es hier noch mehr Pilze? ich will Pilze auch wenn ich im real life diese dinge auf den tod nicht ab kann ich dachte da kommt einer los heil mich oh 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 ja was soll ich dazu sagen ich habe mehr schweinheitsverstand mittlerweile so Schild ist voll oh oh hui es wird immer aufregender wenigstens geht die Runde länger als vorher ja oh blau nehme ich dankend an äh jetzt ist die Frage ich glaube hier waren schon welche ja 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 hier waren schon welche lassen aber irgendwie immer die hälfte liegen was für Idioten oh die die ja gut da können wir uns auch Zeit lassen oh äh ja essen kann ich die jetzt leider nicht ich habe hier draußen auf jeden Fall gerade was gehört was ich habe hier ja 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 Okay. Uhm ummm Jetzt ist die Frage, ich möchte nicht sofort erkannt werden. Mal ganz kurz gucken, rennt hier irgendwo einer lang? Scheint mir nicht so. Wir halten uns mal hier schön ja so ein bisschen verdeckt auf. Ich kann mir nämlich vorstellen, hier hockt wieder irgendwo in und snipet. Da hat sich irgendwo hochgebaut, camp die ganze Zeit und snipert schön. Boah, ich dachte, da stand einer. Das wäre dann echt creepy gewesen. Das war's. Oh, okay Oh, 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 ja. Neh, mich doch dann, dann. Aber da hinten hat doch gerade einer gebaut. Er hat nicht gebaut. Da hinten. Er hat nicht gebaut. 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 Aber gut, ja, das war es auch. Oh, war das jetzt ein Pech. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst mir Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und wir sehen uns im nächsten Video.